Seit dem 15.03. haben Studierende die Möglichkeit, die versprochene Energiepauschale zu beantragen. Die Einmalzahlung von 200 Euro hat die Bundesregierung Ende letzten Jahres schon beschlossen. Wie Studierende der TH Nürnberg die Beantragung fanden und eine einfache Möglichkeit, den Prozess so unkompliziert wie möglich zu halten, zeigen wir euch hier. Hast du die Energiepauschale schon beantragt? Und wenn ja, wie war das für dich? Ich habe die schon beantragt und war eigentlich recht simpel zu beantragen. Ja, ich habe sie schon beantragt. Es war relativ umständlich. Ich saß zwei Stunden lang dran, weil es wirklich ein Eck war, erstmal rauszufinden, was man machen muss. Ja, ich habe die schon beantragt und ich fand, es war leichter als gedacht. Eigentlich recht einfach, weil ich durch eine Kommiliton davor aber einen Tipp bekommen habe, diese vierte Option zu nehmen mit Benutzernamen und Passwort. Und da ging es eigentlich so 10, 15 Minuten. Ja, ich habe sie heute beantragt und es war ein bisschen schwierigere Prozess als im Oktober, die Energiepauschale. Findest du, man könnte den Prozess noch einfacher gestalten? Ja, also man könnte das Ganze zum Beispiel auch mit dem Studierendenwerksbeitrag verrechnen. Dass es einfach ein bisschen genauer beschrieben wird, welche Möglichkeiten man überhaupt hat. Ja, ich denke mal, wenn man die Bund-ID, das war für viele vielleicht das größte Hindernis, wenn man die etwas vereinfachen könnte oder so, das wäre schon besser gewesen dann. Findest du 200 Euro angemessen oder würdest du dir mehr wünschen? Also für mich gerade ist es angemessen, weil ich finanziell nicht so belastet bin. Aber 200 Euro sind vergleichsweise wenig, wenn man alles selber zahlen muss. Ich würde natürlich gerne mehr bekommen, aber war schon okay auf jeden Fall. Ja schon, also gerade für den Zeitraum jetzt, für wie lange das schon versprochen wurde und was für, ja wie alles teurer wurde auch, wäre wahrscheinlich mehr schon angemessen. Die 200 Euro können Studierende und Schüler in Fachschulklassen beantragen, die zum 1. Dezember 2022 an einer Hochschule in Deutschland ematrikuliert waren und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Auch wenige Auszubildende haben Anspruch auf die Einmalzahlung. In diesen Fällen bekommen die Betroffenen Bescheid. Um die Einmalzahlung zu beantragen, muss man zuerst auf die Seite einmalzahlung200.de gehen. Man benötigt dann ein Bund-ID-Konto. Das kann man entweder davor oder direkt über die Seite erstellen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Zahlung zu beantragen. Entweder über einen Online-Ausweis, ein persönliches ELSA-Zertifikat oder über eine PIN von der Ausbildungsstätte. Die dritte Möglichkeit ist die einfachst und schnellste. Auf Einmalzahlung200.de kann man die Basisregistrierung des Bund-ID-Kontos über Benutzername und Passwort durchführen. Nachdem man seine persönlichen Daten eingegeben hat, muss man nur noch seine E-Mail bestätigen. Und dann kann man auch schon einen beliebigen Benutzernamen und ein beliebiges Passwort für sein Bund-ID-Konto festlegen. Nachdem die Durchführung abgeschlossen ist, muss nur noch eine andere Seite aufgerufen werden. Unter Antrag Einmalzahlung200.de kann man dann mit dem Zugangscode und der PIN der Hochschule das Geld beantragen. Danach heißt es nur noch warten. In zwei bis fünf Tagen sollte das Geld dann auf dem Konto sein. Und versteuert wird es übrigens nicht. Wenn ihr berechtigt seid, die 200 Euro zu beantragen und es bis jetzt noch nicht gemacht habt, dann nehmt euch auf jeden Fall die Zeit.